einen wunderschönen guten morgen hier spricht der torsten ja ich wollte auch ein bisschen zu den ganzen webinars beitragen und da ich mittlerweile wenn ich eine brücke mache mich drei tage nicht mehr bewegen kann habe ich von sportlichen videos abgesehen und dachte mir ich beschäftige mich mal mit was ganz furztrockenem und habe mir dazu die die hilfe von martin kronebach seines zeichens fachkraft für arbeitssicherheit und die hilfe von tanja pelster ihres zeichens königin der recherche zu hilfe geholt und ja wir wollen uns mal um diese dinger kümmern die hinten an der dispo dranhängen und die eh keiner liest ich möchte mal darauf eingehen warum diese gefährdungsbeurteilung eigentlich so wichtig sind holger schumacher hat an dem gsa wochenende der mitgliederversammlung ja schon mal ein seminar darüber gehalten wie man sie schreibt und wofür sie eigentlich sind aber ich möchte mal auf die auf die rechtliche seite ein bisschen eingehen des arbeitsschutzes auch und da starten wir mal mit einem mit einem satz den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat jeder hat das recht auf leben und körperliche unversehrtheit hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört oder das ist nämlich der zweite artikel unseres grundgesetzes aber was hat dieser artikel jetzt eigentlich mit uns und den gefährdungsbeurteilungen zu tun wie das ganze jetzt zusammenhängt das versuchen wir jetzt in diesem webinar euch mal ein bisschen näher zu bringen wenn diese rechte und pflichten die wir in deutschland bezüglich unserer arbeit haben beruhen alle auf dem grundgesetz und die ganzen sachen werden mit den ganzen regeln und vorschriften werden immer weiter konkretisiert und hierzu gibt es eine schöne grafik die zeige ich euch jetzt anhand der pyramide können wir sehen dass es einen ganz schönen wust an regeln gesetzen und informationen gibt und wir werden jetzt mal versuchen uns gemeinsam dadurch zu kämpfen das grundgesetz haben wir schon angesprochen das nächste was uns in dieser pyramide betrifft ist das sogenannte arbeitsschutzgesetz viele denken weil sie freiberufler sind und nicht angestellt betrifft sie das ganze nicht das ist aber leider falsch der einzige unterschied ist wie wir sehen werden ist dass die dokumente auf einige unserer berufsgruppen nämlich stand koordinatoren headrigger safety diver einen direkten bezug nehmen und auf andere berufsgruppen wie stand double stand performer nur einen indirekten bezug wir starten jetzt erstmal mit dem arbeitsschutzgesetz der zweite abschnitt darum geht es um die pflichten des arbeitgebers und ab dem im hinterkopf alles was wir jetzt behandeln reduziert sich eigentlich auf den einen satz jeder hat das recht auf leben und körperliche unversehrtheit also die grundpflichten des arbeitgebers der es verpflichtet verbesserungen zur sicherheit und gesundheitsschutz der beschäftigten anzustreben dazu muss er die maßnahmen planen und durchführen führen und erforderliche mittel bereitstellen und vorkehrungen treffen in paragraf 5 geht es um die urteilungen der arbeitsbedingungen der arbeitgeber muss die gefährdungen ermitteln die am arbeitsplatz herrschen und muss maßnahmen aufzeigen die für den arbeitsschutz erforderlich sind gleich darauf folgend der packer paragraf 6 besagt dass er das auch dokumentieren muss also der arbeitgeber hat die pflicht das ergebnis der gefährdungsbeurteilung und die festgelegten maßnahmen des arbeitsschutzes zu dokumentieren in paragraf 7 geht es über die übertragung von aufgaben also man geht nicht davon aus dass der auftraggeber alle arbeiten selbstständig erledigt sondern auch übertragen aufgaben überträgt und dazu ist es wichtig dass er entscheidet oder prüft dass die beschäftigten auch fähig sind diese aufgaben auszuführen im paragraf 8 geht es um die zusammenarbeit mehrerer arbeitgeber das ist gerade was was uns bei film natürlich arg betrifft dort ist sind so viele leute zusammengewürfelt verschiedene subunternehmer leute aus anderen gewerken und da muss der arbeitgeber wirklich darauf achten dass die ganzen anderen gewerke leute aus den anderen betrieben eine angemessene anweisung erhalten und über sicherheit gesundheit während ihrer tätigkeit auch informiert werden so langsam kommen wir in den bereich der für uns interessant ist und zwar paragraf 9 besondere gefahren der arbeitgeber hat maßnahmen zu treffen dass nur beschäftigte zugang zu gefährlichen arbeitsbereichen erhalten die vorher eine geeignete anweisung erhalten haben das ist jetzt gerade so bereich der uns betrifft gefährliche arbeitsbereiche faszien auch hier muss ein arbeitgeber natürlich gewährleisten dass der ganze bereich abgeblockt ist und nur unterwiesene personen zugang zu diesem bereich bekommen und dazu ist es aber auch wichtig dass alle beschäftigten frühzeitig von dieser gefahr unterrichtet werden und über die und zu treffenden schutzmaßnahmen natürlich unterrichtet werden ich weiß das waren jetzt mal richtig viele trockene gesetzestexte und vielleicht hätten einige lieber meine brücke gesehen auch weil sie sich vielleicht denken na es geht uns ja nichts an wir reden hier von arbeitgebern und das sind ja eigentlich die produktion beziehungsweise die produktionsleiter da das stimmt aber leider nicht ganz es trifft natürlich auf jeden fall die produktion aber der staat hat festgestellt dass natürlich die unternehmer und arbeitgeber nicht allwissend sind das heißt wenn wir jetzt mit dieser unserer lustigen pyramide ein bisschen weiter nach unten gehen da sehen wir dass das ganze in vorschriften regeln unterteilt wird und auch noch in informationsschriften die das handeln bezüglich des arbeitsschutzes natürlich ein bisschen konkretisieren ganz weit unten sehen wir die fachinformationen der uvt des unfallversicherungsträgers und genau in so einer nämlich der dgv informationen 215 315 besondere szenische darstellung steht folgendes weiß der unternehmer nämlich nicht mehr weiter muss er sich fachliche geeignete personen mit der leitung und der aufsicht der szene beauftragen ja und schwupps sind wir beim stand koordinator gelandet um jetzt mal die begrifflichkeiten auf unsere situation zu münzen wenn in den gesetzestexten von unternehmer oder arbeitgeber die rede ist dann ist für unseren fall damit mal die produktion gemeint das kann entweder der produzent der herstellungsleiter oder der produktionsleiter sein es ist bei uns in deutschland nicht so ganz geregelt wer jetzt die unternehmer pflicht hat also in der höchste der hierarchie natürlich der produzent der kann die natürlich dann abtreten an den herstellungsleiter oder der wiederum an den produktionsleiter wer das in wirklichkeit ist ist für uns immer schwer erkennbar das müssen die vertraglich unter sich geregelt haben ist uns am ende des tages aber auch egal wir sind von dem unternehmer egal wer von den dreien es ist als fachlich geeignete person eingekauft worden diese person ist der stand koordinator und der berät den unternehmer in den gefahren der besonderen szenischen darstellung sprich dem stand diese gefahren werden dokumentiert in der gefährdungsbeurteilung und dort werden dann auch maßnahmen um die gefahren zu minimieren beschrieben und dargestellt wenn wir in den gesetzestexten jetzt von unternehmer oder arbeitgeber reden dann meinen wir auf den stand und unsere situation bezogen dass dieser immer von uns als fachlich geeignete person beraten wurde und wir die maßnahmen zum arbeitsschutz in unserer gefährdungsbeurteilung dokumentiert haben und sollten wir uns nicht an alle arbeitsschutzregeln halten können wir das in der gefährdungsbeurteilung begründet haben jetzt haben wir aber nicht nur stand koordinatoren am set sondern auch stand performance dann dubbel und von denen höre ich leider immer wieder wenn ich sie frage und gefährdungsbeurteilung gelesen höre ich immer wieder interessiert mich nicht geht mich ja nichts an du sagst mir was zu tun ist ja das stimmt leider nicht so richtig dazu gehen wir wieder zum arbeitsschutzgesetz zurück und informationsschrift stellen wir noch mal kurz wieder hinten an da kümmern uns später wieder darum im arbeitsschutzgesetz gibt es nämlich auch einen abschnitt in dem es um die rechte und die pflichten auch von beschäftigten geht und da fallen alle drunter die beschäftigten sind nämlich verpflichtet für ihre sicherheit und ihre gesundheit bei der arbeit selbst sorge zu tragen und dazu gehört auch dass die gefährdungsbeurteilung durchgelesen wird und auch verstanden wird natürlich gehört auch dazu dass die persönliche schutzausrüstung die ihnen zur verfügung gestellt wird vom arbeitgeber oder von dem stand koordinator natürlich auch bestimmungsgemäß zu verwenden ist die beschäftigten also ihr alle ihr habt nicht nur für eure eigene sicherheit zu sorgen sondern auch für die sicherheit und gesundheit anderer also das heißt solltet ihr erhebliche gefahren sehen bei dem stand vor dem stand während dem stand dann ist das unverzüglich zu melden mit anderen worten das hört sich so an als würde der dumme zettel am ende der dispo doch uns alle was angehen kommen wir zurück zur pyramide als nächstes haben wir jetzt die unfallverhütungsvorschriften der uvt und die staatlichen verordnungen wir haben in deutschland ein duales arbeitsschutzrecht das heißt auf der einen seite stehen die staatlichen verordnungen das heißt in gesetzen verankert und auf der anderen seite haben wir die vorschriften der versicherungsträger und wer jetzt denkt dass die vorschriften einer versicherung nicht bindend sind der hat sich leider geirrt die vorschriften der versicherungen sind genauso rechtsverbindlich wie die staatlichen verordnungen die in gesetzen verankert sind wo ich auch noch kurz darauf eingehen möchte ist bei den staatlichen verordnungen die gefahrenstoff verordnung mit denen wir stand leute eigentlich direkt mal nichts zu tun haben außer natürlich sfx ist bei irgendeinem stand involviert und wir natürlich deren gefährdungsbeurteilung gelesen haben aber es gibt ja auch ein paar leute die nicht nur als stand arbeiten sondern auch gelegentlich mal die sfx unterstützen und die sollten sich vielleicht auch mal mit der gefahrenstoff verordnung beschäftigen die arbeitsstätten verordnung dient der sicherheit und dem schutz der gesundheit der beschäftigten beim einrichten und betreiben von arbeitsstätten auch hier ist wieder in der ersten in erster linie die produktion gefragt aber wie wir eben schon festgestellt haben schreiben die auch gefährdungsbeurteilungen und wir sind auch wie wir gelernt haben dazu verpflichtet diese gefährdungsbeurteilungen zu unserem eigenen schutz und dem schutz unserer eigenen gesundheit durchzulesen also denkt bitte dran auch mal gerne wenn es vielleicht auch langweilig ist mal die gefährdungsbeurteilung anderer gewerke durchlesen die betriebssicherheitsverordnung gilt für die verwendung von arbeitsmitteln die arbeitsmittel soll einmal gewährleisten die sicherheit und den schutz und es müssen geeignete arbeitsmittel natürlich ausgewählt werden und die verwendung muss natürlich richtig und sicher vonstatten gehen es geht also hier um die verwendung von arbeitsmitteln und die richtige unterweisung der leute die diese benutzen das trifft auf uns also definitiv zu und weiter geht's mit den unfallverhütungs vorschriften der uvt also die dgv vorschriften da haben wir alle schon viel von gehört in meetings arbeitsgruppen bei der mitgliederversammlung newslettern und so weiter und so fort aber was ist denn eigentlich der unterschied zwischen den vorschriften regeln und informationen und an welchen muss ich mich halten und inwieweit betrifft mich das überhaupt als erstes haben wir die unfallverhütungs vorschriften also die sogenannten dgv vorschriften das sind verbindliche autonome rechtsnormen die von den versicherungsträgern entwickelt werden also im gegensatz zu den staatlichen verhaltensregeln sind das die verhaltsregeln der versicherungsträger und auch die sind rechtsbindend wir verlassen jetzt den rechtsverbindlichen raum und sind jetzt bei den regeln und bei den informationen hier gehen wir jetzt ein bisschen auf die einzelnen branchen ein und das ganze bietet hilfestellung bei der umsetzung der unternehmerpflichten die dgv regeln sind jetzt eine zusammenstellung beziehungsweise eine konkretisierung der inhalte die dgv informationen gehen jetzt noch weiter in die praxis sie enthalten jetzt hinweise und empfehlungen für die praktische anwendung und wir haben wirklich konkrete praxis geeignete maßnahmen also vorschriften sind festgelegte rechtsnormen die für alle gelten und an die wir uns halten müssen es sei denn aber da kommen wir später drauf regeln sind jetzt konkretisierungen der vorschriften für spezielle bereiche die in den vorschriften vorher noch nicht abgedeckt wurden weil sie nicht für die allgemeinheit gelten sondern ganz berufsspezifisch sind informationen enthalten hinweise und empfehlungen für den anwender um die vorschriften und regeln des unfallversicherungsträgers richtig umsetzen zu können die dgv vorschrift 1 gilt für unternehmer und versicherte und jetzt kommt die krux einer ganzen sache die gilt auch für beschäftigte von ausländischen unternehmen die bei uns in deutschland ihre tätigkeit ausüben auch wenn sie nicht zu irgendeinem unfallversicherungsträger gehören schon dieser erste satz der vorschrift der besagt dass alle in deutschland alle die in deutschland arbeiten sich an die regeln der dgv also der deutschen gesetzlichen unfallsversicherung halten müssen auch wenn sie jetzt nicht mitglied oder freiwillig versichert bei der bg sind wirklich jeder und da sich um eine vorschrift handelt ist es auch wirklich rechtsbindend eine weitere vorschrift die uns auch sehr betrifft ist die dgv vorschrift 17 und 18 kann man sich auch mal durchlesen ich habe mal exemplarisch einen paragraf rausgenommen den paragraf 20 gefährliche szenische vorgänge darin wird jetzt mal nur ganz allgemein vorgeschrieben dass gefährliche szenische vorgänge nur unter anwendung von schutzmaßnahmen durchzuführen sind und natürlich von leuten die fachlich und körperlich geeignet dafür sind so jetzt natürlich beim schutzmaßnahmen klar was mit schutzmaßnahmen gemeint ist das sind natürlich protektoren matten proben aber was man oft vergisst dass zu den schutzmaßnahmen der darsteller auch das stunt double gehört im grunde genommen ist alles was wir tun ja regelwidrig jedes dann dubbel was ich ja was dubbelt und sich eine gefährliche situation begibt verstößt natürlich gleich gegen artikel 2 des grundgesetzbuches jeder hat das recht auf leben und körperliche unversehrtheit aber auch hier hilft uns die dgv mit den ganzen vorschriften regeln informationen viele denken dass sie eigentlich unsere arbeit beschneiden aber das stimmt nicht was wir natürlich tun müssen ist diese gefährdungsbeurteilung schreiben sie ist für uns ja wirklich lebenswichtig und kann uns ja im extremfalle sogar vor dem gefängnis bewahren aber hier komme ich später noch einmal drauf zurück eins aber schon mal angemerkt die gefährdungsbeurteilung ist jetzt nicht nur für stand koordinator headrigger safety diver und so weiter wichtig sondern auch für stand performers dann dubbel auch wenn ihr die dinger nicht schreiben müsst ihr solltet sie zumindest lesen und verstehen darum wäre es auch gut wenn ihr jetzt nicht einfach abschaltet sondern vielleicht wenn ihr denkt das interessiert euch nicht trotzdem einfach mal durchhaltet und euch das ganze webinar mal anhört könnte euch vielleicht auch mal euren hintern retten aber wie hilft uns jetzt die unfallversicherung dabei es gibt da verschiedene artikel die für uns wichtig sind die werde ich jetzt mal rausnehmen und weiter besprechen im anschluss an das video gibt es aber einen kleinen link und dann könnt ihr euch selbst noch mal einen eindruck davon machen so kommen wir hier noch mal zu den grundpflichten des unternehmers der unternehmer hat die erforderlichen maßnahmen zur verhütung von arbeitsunfällen zu treffen und in staatlichen recht bestimmte maßnahmen gelten auch zum schutz von versicherten wichtig die keine beschäftigten sind wir sehen hier ein paar sachen die sich jetzt aufdoppeln das eine oder andere hatten wir auch schon im arbeitsschutzgesetz hier werden die sachen jetzt etwas konkretisiert das heißt also mit anderen worten auch wenn der stand koordinator oder die produktion euch nicht angestellt hat ihr also auf rechnung arbeitet so müsst ihr trotzdem dafür sorgen dass die regeln zur sicherheit eingehalten werden klingt jetzt so als wäre das noch keine wirkliche hilfe um aus dem schamassel rauszukommen aber richtig ist es trotzdem wichtig in paragraf 2 absatz 3 haben wir stehen dass der unternehmer die maßnahmen an veränderter gegebenheiten anzupassen hat dieser artikel ist auch sehr wichtig für uns nehmen wir jetzt mal an wir haben ein stand geplant fahrszene mehrere autos daran beteiligt haben das ding auch ein zwei tage geprobt das ganze bei sonnenschein und trockenen straßen so jetzt kommt es zu der situation am drehtag fängt es an zu regnen straßen nass und wir haben völlig neue gegebenheiten dann bedeutet das dass der unternehmer die pflicht hat die ganze situation an die veränderten gegebenheiten anzupassen das heißt habt ihr in eurem risk assessment in eurer gefährdungsbeurteilung stehen dass die proben und so weiter bei schönem wetter gemacht wurden und es jetzt regnet ist das ganze die ganze gefährdungsbeurteilung hinfällig das heißt die ganze situation die ganze gefährdung ist völlig neu zu beurteilen und im schlimmsten falle muss das dann koordinator könnten stand koordinator da stehen und sagen wir drehen das heute nicht es ist zu gefährlich nach neuer risikoeinschätzung können wir das ganze heute nicht durchführen und genau hier hilft uns die die gov regel gegenüber der produktion weil auf sie können wir uns dann berufen wenn es genau zu einer solchen situation kommt das ganze ist leider sehr sehr trocken ich weiß ich bin selbst beim vorlesen schon dreimal eingenickt aber hat ja auch keiner behauptet dass das ganze lustig ist mit den ganzen vorschriften und regeln aber ist genauso wie algebra in der schule wir müssen da irgendwann mal durch und ehrlich gesagt früher oder später im gegensatz zur algebra können wir das ganze leider nur in einer schlimmen situation auch brauchen der nächste paragraf der vorschrift 1 beschäftigt sich jetzt schon mit gefährdungsbeurteilung und damit ihr nicht völlig gelangweilt seid habe ich mal die wichtigen sachen rausgesucht und zwar die beurteilung der arbeitsbedingungen dokumentation und auskunftspflicht der unternehmer hat die gefährdung zu ermitteln und auch die maßnahmen die dazu zu ergreifen sind um die gefährdung zu minimieren plus der unternehmer hat das ergebnis der gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren und vergesst jetzt nicht dass wenn der unternehmer uns als stand koordinator eingekauft hat um gefährliche szenische darstellungen zu bewerten wir diejenigen sind die das zu dokumentieren haben mit anderen worten stand koordinatoren head trigger und safety diver die müssen sich den drehort bzw das motiv an dem der stand passieren soll vorher genau anschauen und sich ein maßnahmenplan ausdenken um den stand sicher durchzuführen den plan muss man dann niederschreiben und das ganze dann in der ja in neudeutsch risk assessment in der gefährdungsbeurteilung dokumentieren und niederschreiben also weiter im text der unternehmer hat die pflicht die versicherten über die sicherheit und den gesundheitsschutz zu unterweisen dahinter versteckt sich eigentlich nichts anderes als das briefing dass es vor jedem stand geben sollte wer ist wo wer macht was was ist unser plan b wenn irgendwas schief geht was sind die rettungsmaßnahmen wenn sowas nicht läuft wie es eigentlich sollte und so weiter und so fort das einzige was man hier noch hervorheben sollte und dass wir uns vielleicht alle angewöhnen sollten selbst ich mache es relativ selten ist die continuity zu bitten dass in ihren tagesbericht reingeschrieben wird dass diese einweisung für alle am stand beteiligten personen stattgefunden hat also für kamera grip ton schauspieler kompassen etc dass jeder gehört hat vom stand gab es eine einweisung und das schreibt die continuity nieder hier haben wir auch noch einen sehr wichtigen passus und zwar die befähigung für tätigkeiten wenn der unternehmer die aufgaben überträgt und zwar in dem fall an uns die stand firma den stand koordinator hat er darauf zu achten dass die leute dazu befähigt sind das heißt im umkehrschluss es macht uns manchmal die argumentation leichter warum wir das ein oder andere dubel nehmen oder das ein oder andere dubel nicht nehmen nämlich weil wir festlegen ob diese person befähigt ist oder nicht eigentlich ziemlich klar formuliert aber genauso wie der paragraf 7 betreffen uns die paragrafen 8 und 9 auch sehr stark auch wenn sie eigentlich keine weiteren fragen aufwerfen so sind sie doch für die gefährdungsbeurteilung sehr wichtig in paragraf 14 wird es dann endlich spannend für uns denn hier geht es dann endlich um diese ausnahme die uns in unserem eigentlich ist alles was wir machen gegen die regel problem helfen wird der unternehmer kann nämlich in einzelfall ausnahmen von der unfallverhütungsvorschrift schriftlich beantragen wenn er ebenso wirksame maßnahmen trifft und genau die beschreiben wir in unserer gefährdungsbeurteilung hier wird also klar gemacht dass wir uns diesen regeln entziehen können wenn wir dementsprechende maßnahmen zur sicherheit der betroffenen personen anwenden diese müssen aber in einer gefährdungsbeurteilung festgelegt werden kommen wir zu dem teil mit schriftlich beantragt werden das klingt jetzt erstmal so als müssten wir auch auf eine schriftliche bestätigung des versicherungsträgers warten das ist aber in der deutschen filmindustrie soweit ich das die letzten 20 jahre erfahren habe keine gelebte praxis bis das bei der wg eingereicht ist sich jemand damit beschäftigt hat und das ganze dann auch wieder schriftlich bestätigt ist der ganze film vorbei und schon der nächste angefangen darum habe ich persönlich auch noch nie von einem unfallsversicherungsträger jemals eine rückfrage erhalten die einzigen die sich damit wirklich auseinandersetzen sind die ausfallversicherer der produktion aber auch nur dann wenn darsteller involviert sind also nicht bei arbeiten mit stand double oder stand performern was mit der gefährdungsurteilung passiert wenn wir sie abgegeben haben hat uns aber erstmal nicht zu interessieren denn wir sind nicht der unternehmer haben wir sie übergeben dann haben wir bürokratisch gesehen erst einmal alles richtig gemacht wer das dokument aufmerksam liest wird über paragraf 3 stolpern in dem drin steht dass die maßnahmen des arbeitsschutzes erst auf wunsch vorgelegt werden müssen das steht jetzt im gegensatz zu paragraf 14 den wir gerade besprochen haben ich bin da selber schon öfter drüber gestolpert aber paragraf 3 bezieht sich auf die allgemeinen maßnahmen und der paragraf 14 der für uns gilt auf die ausnahmen das darf man nicht vergessen hier kommen wir jetzt zu einer weiteren vorschrift die für uns interessant ist nämlich maßnahmen bei besonderen gefahren auch das haben wir schon mal gehört und zwar beim arbeitsschutzgesetz das ganze hier jetzt in der dguv ein bisschen spezifischer dargestellt also allgemeine pflichten des unternehmers der unternehmer muss die versicherten über die gefahren und schutzmaßnahmen unterrichten der zweite abschnitt des paragrafen ist eigentlich noch viel wichtiger nämlich die versicherten personen müssen die geeigneten maßnahmen zur gefahrenabwehr und schadensbegrenzung selbst treffen können mit anderen worten ihr stand double ist stand performer ihr selbst müsst euch pads anlegen entscheiden auch ob da eine matte hinkommt nicht nur der koordinator und sollte euch mal ein stand zu gefährlich vorkommen dann müsst ihr auch nein sagen auch dieses nein ist eine geeignete maßnahme zur gefahrenabwehr und zur schadensbegrenzung hier kommen wir also wieder zum schreiben aber vor allen dingen auch zum lesen einer gefährdungsbeurteilung mal ganz ehrlich liebe kollegen wer von euch ließ denn diesen blöden zettel der an der dispo dranhängt kaum einer solltet ihr aber denn zusätzlich zum briefing ist dies eine der möglichkeiten wie ihr auch auf mögliche gefahren hingewiesen werdet und nicht nur was dann angeht lest euch auch bitte die gefährdungsbeurteilung von sfx und gegebenenfalls von den tiertrainern durch euer leben könnte von den informationen auf einer solchen gefährdungsbeurteilung abhängen klar denkt jeder ich pass schon auf mich auf ich ziehe meine protektoren an ich habe meine matte dahin geschoben aber jetzt sind wir mal ehrlich wann war das letzte mal dass ihr die rigger gefragt habt wie das system mit dem ihr gerade weggeschleudert werde wirklich funktioniert und welche sicherungs und rettungsmaßnahmen sie getroffen haben gut wäre mal wirklich auf und zu nachzufragen wenn es nicht von selbst kommt erstens wisst ihr dann bescheid und kennt könnt eventuell beim briefing spezifische fragen stellen die euch betreffen oder vielleicht auch einwände erheben oder ihr lernt vielleicht einfach was kommen wir zurück zu unserer arbeitsschutzpyramide wichtig ist vor allen dingen eins alle dinge die wir heute besprochen haben sind rechtsverbindlich das heißt wir müssen uns an diese regeln halten oder aber wie wir eben schon erklärt haben in einer gefährdungsbeurteilung erklären und dokumentieren warum wir es anders aber genauso sicher für alle beteiligten personen machen beim nächsten mal erzählen wir euch dann noch was über bestimmte informationsschriften die unseren alltag bei der standarbeit beeinflussen die uns aber auch helfen unsere arbeit ein bisschen sicherer zu machen wenn ihr wollt könnt ihr mal rein lesen dann niedergeschrieben die lektüren so ich hoffe es war nicht allzu langweilig und euch raucht nicht der kopf falls doch zu langweilig war und ihr keinen zweiten teil haben wollt sagt bitte bescheid dann sparen wir euch die mühe bis dann servus der torsten martin und die tanja